Ich komme! Tschüss, viel Spaß! Tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss! 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 Und ich habe ihn untergefunden, dass du dich selbst übernimmst, wie das Auto hast du gesehen. Ist es dir selbstverständlich, kann ich nicht mehr? Ja, also wenn ich 40 war, ich wollte mir etwas überzuleben, zu erzählen. Und wenn du viel überlebt hast, hast du es von Mundart einfacher und verständlich. Das ist ja alles, wenn ich da schon keine Lust schiebe, genau das ist das. Reo. Reo Verkehrsservice, mein Sponsor von Garage Hürsteller AG in Thurn. Euer Kompetenz, überall aufgetreten für Thurn und Region. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei, allgemein Strassenzustand. Die Strassen sind meist trocken, verkehrt. Also dann macht sie mir noch schnell. Oh, ich bin bei der Boys-Auswitter. Hey! Können Sie, dass du mir korrigierst? Okay, okay, okay. Nein, Patrick, es ist sehr gut, es ist ja, er ist ja eigentlich ein Sinn zu machen, aufwachsen. Er ist schwer und flutig gezogen und er hat natürlich ein Niveau. Er ist ein Niveau. Ich bin bei der Boys-Auswitter. Er ist ein Niveau. So ist es, wenn ich da bin, dass du mir machen. Ich bin bei der Babyschein. Michael, da bin ich bei der Babyschein. Oh! Vielen Dank! Ich bin bei der Babyschein. 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 Wir sind unterwegs, zwei Minuten ab, halben Siegnecht. Beyo Soundcheck Beyo Soundcheck Die Plattform oder hier bei Radio Bail ist ein bisschen andere Musik-Fanzer und ... 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 Ich weiß halt, ohne irgendwie, ich hab dich denn noch überheben bei mir. Ja, du hast mich schon mal vom Schopen-Technik und so gesagt, oder? Ja, das habe ich dann schon, ja. Wollt ihr Tapio so einen? Wollt ihr Tapio so einen? Ja, du hast mich schon mal gemacht, oder?